Die Gerüchte stimmen also doch. Noch vor wenigen Wochen wurde darüber spekuliert, ob Cheyenne Ochsenknecht, 22, und ihr Mann Ninjo Klaus zum wiederholten Mal Nachwuchs erwarten. So plauderte ein Insider aus, dass die beiden ihr zweites Kind erwarten. Das Model jedoch wollte sich bislang nicht zu den Spekulationen äußern. Doch jetzt meldete sie sich mit süßen Neuigkeiten. Cheyenne bestätigte ihre zweite Schwangerschaft. 2023. Viel gewinnt, schrieben die 22-Jährige und ihr Liebster zu einem Schnappschuss ihrer Körpermitte. Die Aufnahme zeigt Cheyenne Bauch, der bereits stark gewölbt ist. Mit dem putzigen Foto verkündete das Paar nun, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Wann es so weit sein wird, behielten sie jedoch noch für sich. Zahlreiche Freunde und Fans freuen sich mit dem Paar. Wie schön, mach einfach so viele Kinder wie geht. Freu mich für euch, kommentierte unter anderem Panagiotta Petridou, 43, den Beitrag. Glückwunsch, schrieb Anna Adamien, 26, unter der Verkündung der Schwangerschaft. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020